Diese Zeichen fühlst du, wenn die Macht des Unterbewusstseins dein Leben verändert. Die Automatik der Seele So nannte der große Psychoanalytiker Sigmund Freud das Unterbewusstsein der Menschen. Eine schöne Vorstellung eigentlich, oder? Wir schalten unsere Seele auf Autopilot und lassen sie einfach mal machen. Wahrscheinlich wäre dieses Loslassen nicht die schlechteste Entscheidung, die wir treffen könnten. Manchmal gelingt es uns auch. Dies geschieht häufig in Situationen, wo unser Verstand ohnehin gerade überfordert ist und nicht weiter weiß. Einige klare Zeichen gibt es dafür, wenn dein Unterbewusstsein die Kontrolle übernommen hat. Die acht deutlichsten haben wir für dich in unserem heutigen Podcast zusammengefasst. Nummer 1 Erfolg stellt sich ein Wie praktisch! Einmal lässt man die Zügel schleifen und gibt sich voll und ganz dem Schicksal hin. Schon tauchen die ersten Erfolgserlebnisse am Horizont auf. Wenn es gut läuft für dich, bist du auf einem guten Weg. Sei dankbar dafür und versuche diese Momente der Leichtigkeit bestmöglich zu genießen. Die harte Arbeit kommt wieder früh genug. Nummer 2 Du fühlst dich rundum wohl. Du bist gesund und fit wie ein Turnschuh. Du könntest Bäume ausreißen und hast konstant gute Laune. Auch das sind Zeichen dafür, dass gerade jemand das Ruder übernommen hat, der hier eindeutig qualifiziert ist. Und es kommt noch besser. Sie, er oder es weiß es umfassend und ausschließlich besser als du und meint es gut mit dir. Ein gutes Gefühl sagt mehr über den aktuellen Ist-Zustand unseres Lebens aus, als es jede statistische Analyse oder demografische Untersuchung jemals könnte. Körperliches Wohlbefinden ist außerdem ein untrügliches Zeichen dafür, dass du emotional und seelisch gleichfalls in Balance bist. Deinem Unterbewusstsein sei Dank! Nummer 3 Zweifel und Angst sind seltene Gäste Wer sich von guten Mächten getragen fühlt, braucht keine Zweifel am Ergebnis und keine Angst vor einem ungewissen Ausgang zu haben. Dein Unterbewusstsein macht dir deutlich klar, dass wirklich alles gut ist im Moment. Selbst wenn dein Verstand manchmal gewaltsam versucht, sich in diese Unterhaltung einzuklinken, schicke ihn getrost in eine wohlverdiente Pause. Er wird früh genug wieder gebraucht werden. Im Moment hat die Automatik deiner Seele die Segel gehisst und das Ruder in der Hand. Halte den Kurs und genieße die kühle Brise, bis wieder Land in Sicht ist. Nummer 4 Du schläfst den Schlaf der Gerechten Nicht nur ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Auch das Wissen, dass alles auf Schiene ist und dein Leben im Moment einfach läuft, lässt dich tiefen und erholsamen Schlaf finden. Dieser kann entweder gefühlt traumlos sein, was kein Schlaf jemals wirklich ist, oder dich mit intensiven Träumen daran erinnern, dass jemand anders gerade die ganze Arbeit für dich macht. Versuche dich am Morgen an deine Träume zu erinnern und beobachte, wie du dich dabei fühlst. Du kannst das üben, indem du deine Traumbilder unmittelbar nach dem Aufstehen notierst. Es fällt dir dann mit der Zeit immer leichter, dich an sie zu erinnern. Erwähne auch in ein paar knappen Stichworten, wie du dich nach dem Aufwachen gefühlt hast. Wenn dein Unterbewusstsein gerade die Oberhand in deinem Leben hat, sollten deine Assoziationen mit deinen Träumen durchweg positiv sein. Sie sollten dir Freude vermitteln, eine höchst angenehme Sehnsucht nach mehr in dir wecken und schöne Bilder vor deinem geistigen Auge erzeugen, die dich auf deinem momentanen Weg bestätigen. Nummer 5 Innerer Frieden erfüllt dich Leider kann es nicht immer so sein, aber wenn dein Unterbewusstsein am Zug ist, bist du plötzlich wie geerdet und von einem tiefen Gefühl inneren Friedens beseelt. Nichts und niemand kann dich aus der Ruhe bringen oder dir Sorgenfalten auf die Stirn malen. Eine tiefe Überzeugung macht sich breit in dir, dass zumindest fürs Erste alles gut und in Ordnung ist. Wenn du solche Emotionen wahrnimmst, gönne ihnen einen Moment bewusster Dankbarkeit. Innerer Frieden ist ein Geschenk von allerhöchster Güte und Seltenheit. Nummer 6 Dein Selbstvertrauen ist unerschütterlich Manchmal gewinnen unsere inneren Kritiker leider die Oberhand. Nicht so, wenn unser Unterbewusstsein führt und leitet. Wir wissen dann einfach, dass wir unfehlbar sind und alles richtig machen. Das könnten wir definitiv öfter gebrauchen. Leider lässt sich weder antrainieren noch herbeibeten oder wünschen. Am wenigsten können wir mit schierer Gedankenkraft manifestieren. Wir müssen uns vom Scheitel bis in die Zehenspitzen unbesiegbar fühlen, nur dann sind wir es auch tatsächlich. Den Rest erledigt dann das Gesetz der Anziehung für uns. Dieser Dominoeffekt hat es wahrlich in sich, wenn er erst einmal FAD aufgenommen hat. Nicht umsonst sind manche Menschen so dermaßen von sich überzeugt, wo man als Außenstehender objektiv betrachtet keinen ersichtlichen Grund dafür feststellen kann. Nummer 7 Vertrauen bestimmt dein Leben Dieser Punkt schließt nahtlos an den Vorherigen an. Wir wissen einfach, dass wir uns selbst blind vertrauen können. Alles wird sich fügen, alles in Wohlgefallen auflösen. Wir treffen gute und richtige Entscheidungen und lassen das Schlechte außen vor. Jede unserer Handlungen in der Vergangenheit hat den Weg für jene der Gegenwart geebnet. Nun ist es Zeit, diesen vertrauensvoll zu gehen. Das Vertrauen in eine höhere Macht ist dabei mindestens genauso wichtig wie jenes in uns selbst. Gerade Menschen, die sich schwer tun, damit die Kontrolle zwischenzeitlich abzugeben, werden diesen Zustand des Loslassens ganz besonders genießen. Es wird sie vielleicht ein wenig Überwindung kosten, aber wer einmal gute Erfahrungen mit dem Autopiloten gemacht hat, wird sich jederzeit wieder gerne und wahrhaft vertrauensvoll in dessen Hände begeben. Nr. 8 Du pflegst Deine Spiritualität Egal ob es tägliches Meditieren ist, ein Dankbarkeitsritual, Yoga oder das Studium von inspirierenden Texten, Deine tägliche Dosis Spiritualität ist so wichtig und selbstverständlich für Dich wie die Luft zum Atmen. Du nimmst Dir diese Zeit als Auszeit von der Routine, aber auch als unerschöpfliche Kraftreserve für Dein körperliches und geistiges Wohlbefinden. Wenn sich diese Handlungen aus Zeitgründen einmal nicht in Deinen Alltag integrieren lassen, wirst Du unruhig und fühlst Dich unvollständig und fragil. Dein Unterbewusstsein will Dir damit dringend dazu raten, diese Rituale beizubehalten. Sie sind ein wichtiges Fundament, auf welches Du jeden Tag aufs Neue aufbauen kannst. Danke, Unterbewusstsein, jederzeit gerne wieder! Es ist leider keine Flatrate, die uns das Unterbewusstsein dann und wann zum Geschenk macht. Die schöne Zeit des Loslassenkönnens ist irgendwann vorbei. Der Alltag voller schwieriger Entscheidungen hat uns dann wieder fest im Griff. Interessanterweise sind es rückblickend oft gerade die ausnehmend schwierigen Stationen unseres Lebens, wo jemand für uns die Zügel in die Hand nimmt. Unserer innerer Kompass scheint jedenfalls genau zu wissen, wo die Reise gerade für uns hingehen soll. Wir sind nicht auf dieser Welt, um Leiden und Schmerz zu erfahren. Sie gehören jedoch zum Leben dazu, weil es ohne Schatten auch kein Licht geben kann. Das Leben wird uns nie mehr zumuten, als wir ertragen können. Dafür stehen uns einige Nothelfer zur Verfügung, wenn wir sie ihren Job erledigen und die Führung übernehmen lassen. Wir Menschen wissen inzwischen vieles, aber es gibt immer jemanden, der es besser weiß. Wenn Dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet Dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald! Vielen Dank!